ja servus ab geht der reiner hier ja unter seiner länder am start wir spielen wurde wieder minecraft ja wie geht pass auf folgende probleme ich hab das ja mitgeklickt der reiner ist immer wirklich schön am plan der denkt immer so guck mal hier wir bauen noch so richtig schönes hütchen da liegen also richtig schönes häuschen so und dann haben wir das schön fein und dekorieren das hat ja jetzt nicht geklappt aus den ganzen verformen grund weil die ganzen ich kriege zu verwecken einfach nicht den kreativität ist bei reiner gleich null ja und deshalb hat der reiner sich jetzt hilfe gewollt der reiner hat jetzt ganz nett gefragt und hat gefragt hat den art wird wärst du so lieb könntest du mir helfen ein schönes häuschen zu bauen und die in ort hat gesagt aber natürlich mein schatz das wird richtig romantisch wir beide zusammen zu spielen ja so und ja noch mein schatz wo bist du denn im haus was so ja also dass sie in nato ja 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 und genau also wie gesagt sie macht das jetzt alles schön und hübsch hier weil ich komme ja nicht hinterher und er hat ja so viel aufgaben in der musik musste seiner dach machen da musste wenn er dach machen würden zu ja sie macht jetzt das haus schön und ich mache das fällt jetzt hier schön ja ich mache das viertel bisschen größer habe ich mir so gedacht weil ganz viele tippen wir kriegen nicht und dafür brauchen wir halt ein großes welt so dann machen wir das jetzt erst mal aber hast du gesehen das sind doch schon schön aus hier oder ja danke ich weiß dass da wieder an unser kasmus von der ist aber ja ich nehme das mal als höfliches kompliment und ne ja okay dann also du darfst wo ich gar nicht zu mir sein und kann so wie ich sagen wir mal hase oder schwarz da du da gebaut hast sieht richtig kacke aus allerdings musst du allerdings musst du natürlich bedenken dann ist da war ein bisschen so pass auf ich suche den einmal ich habe den armer die ganze zehnelung ja die nächsten paar folgen geht doch mal darum so hier bauleiter der datum macht jetzt richtig schulieren ja 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 da krisse schon in der nicht ihm gibt ja noch auf stream der unterhalben uns bleiben sind da krisse von ihnen das wird erst mal du kühl ist für person mit mir jetzt das war wieder ja war nicht ab in die kiste mit ihre note kommt hey so reiner und renate gehen jetzt ab in die kiste für mein schätzlein hier war auch mal wie man nicht spannend so wir machen das fährt jetzt großer und dann würde ich hier heute würde ich eigentlich mehr so mal anhalten dass das fett fertig ist und dass wir vielleicht noch etwas schaffen zwischen 20 schoffe und schwein was was gibt denn was gibt der näher ich glaube nur könne was gibt leder ja okay okay gut ja okay gut das fett ist nissen ja auch an dem hallo dem hallo sein ich weiß nicht ich hab schon auf minecraft ne aber das ist die weiß ich würde ich weiß auch nicht irgendwie fällt mir das kreativ zu werden immer schwieriger entweder nicht daran weil wenn ich aufnehmen weil die immer schon ein bisschen weh getogen hat und mir von den appen sind tränker guter ist einfach daran der nicht halt wird also darüber kann man jetzt streiten aber wenn ich sehr kreative ist einfach nicht der kreative was soll das denn heißen und nicht kreativ ist da gut aus 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 weise mal recht mein auto da kann ich dir jetzt von die böse sein auch wenn ich da gerne würde aber da ist der reiner ist kritikfähig so lange hat keine kritik gegen die mensch der weiß also so nein ich habe doch gerade gesagt ich mache das schild hörst du mir nicht zu ja dann merke ich lang spaß ne spaß grüß wir haus die bin ja froh dass wir dabei dies nur mir hier so ein bisschen hilf ne warum krieg ich denn immer nur drei zäule da raus also ja verstehe ich jetzt nicht muss ich jetzt die ganze zeit warten hier immer mal größer nicht immer diese massentierhaltung hier in b du vertust dich dann ist jetzt ein zorn für das feld ist für die tiefe und du musst dran bedenken du musst dran bedenken nicht bedenken wir haben keine bedenken es geht darum dass ein stück bieb das sind ja nutzt hier verstehst du ich verstehe gar nicht was du hast die haben doch schön wir haben hier vier mal breit wird alles aus stein und ein hässlichen zorn davor ja doch platz ja gut vielleicht hätte jetzt nicht das bisschen hier mit rasen sein können aber ja mein gut geht es jetzt auf ihn nee komm was hab ich denn hier schon wieder für ne scheiße aufgehoben alles glaub ich die die unglaub ich sorg jetzt hoffe ich mal da gab wie alles funktioniert und jetzt habe ich noch 16 zornig wie ich bin zu groß großartig oder ne nein jetzt habe ich da schon stein aufgehoben an jeder dieser holz okay ja alles gut hause komische bauweise da musst du bist aber meine bauweise ist komisch ist ja lustig wie unterhalten uns hier unterhalten das gleich jetzt weiß ich nicht wo habe ich denn hier nicht schon irgendwo rechts reingetan so wie viel sachen oder so dass du aus der kommentare das alles hier bringt so so was ich glaube habe ich ja auch noch die mit nur das fällt ein bisschen größer machen und ach so das geht nicht warum geht denn das schon wieder nicht also warum geht dass sie nicht ja keine ahnung wenn ich das jetzt war okay aus warum habe ich hier ein bett gegeben warum habe ich denn noch ein bitt über die manin wenn sagt weißt du weißt du nicht das warst das hoffen nein ich habe doch mein ein ein zusätzliches bett gehört für dich mein hause damit der reine in zukunft nicht allein in der kiste gehen muss verstehst du so haben wir haben noch zwei kürbis können jetzt ist das so wie wachsen kürbis denn noch mal die wachsen doch irgendwie rechts oder links darüber oder ein platz verlassen aha da bist du siehst du genau doch man ich dachte überfordern ich hätte schon wie wir ja ein klopf verlassen der würde in einem platz verlassen rechts oder links oder oben oder unten ist ja egal ach das ist wieder egal ich werde ich was gerade noch hören ihr macht alles absichtlich ist so ja mach schön so ein kleines fädchen ne so wenn man so was machen in echt hätte ne so ein kleines häuschen nicht so ein schönes feld verlassen so ein kleines liebchen ne so geht ab und soll ich jetzt ich weiß leider nicht der wir brauchen als hier getreide ne für die für die fortpflanzung von den leidig johann tafuß bils ist auch gut das fútbol warglund kann so machte mir mal den legeen so jetzt haben wir eine seite voll das müsst ihr eigentlich richtig oder haben wir denn sonst doch so gar nichts wie pflanzt man doch mal wenn uns einfach mehr rein tun ja das sieht doch auf jeden fall schon mal ein bisschen besser aus okay ja für nicht was so gut hause er das war ein kompiment ja das war ein gutes kompiment wenn so man kann und kann man muss beendet auch an pflanzen in gebreit geht das geht gut obwohl das geht jetzt gleich schon wieder dunkel nicht war ja geplant heute das feld zu machen weil wir da nicht von darf nicht denken der reiner hat heute schon mehr getrunken der kann ich nicht fahr ja du glaubst so wir haben für wahrscheinlich ist es mir schon wichtig ja natürlich also was erst so wie die fahrheit meine technisch das so hat gesagt hast du was gegen meine verweise ja manchmal ist schon gruselig renate hör auf jetzt ich mache manchmal mein lieb krank lasst es nur glaubt du willst du was gutes machen jetzt wie sie schon wieder gemacht den ganzen ganzen tag geht dazu den ganzen tag reiner da ist rot warum bremst du mich wenn der rot ist feiner aber auch sachen wegzuschweißen die die gewähren nur am meckern so wie den bett ist eine treppe so dafür wieder deine tappen hier aufgesammelt nicht ja hier guck mal kannst du wieder haben bitteschön so evite jetzt mal hier die holladen so ein bisschen von mir wenn ich du musst du lauter sprich immer nötig doch du musst halt ein bisschen lauter muss das ansprechen so wer ist noch ohne fahrschein wer will gebunzt werden ach so kann okay dann wie vermehrt die hier da muss man damit machen weizekörner ihr wollt weizekörner haben oh ja jetzt geht aber rund hier ne so bitteschön da sind jetzt schon kleine endchen gekommen so merke ich dir nicht näher wir wollen doch nie übertreiben ja ich hoffe dann geht jetzt wie soll ich sagen ein bisschen zügiger nicht weil wir wollen ja auch so langsam mal ein bisschen vorankommen so mit den ganzen ganzen sachen dann gehen wir mit so einem zaubertisch und wartet dann ja alles gibt und freund wollen wir brauchen jemanden ja 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 so wie geht denn er denn so nein hey spaß was nimmt das ne so ich hab nur ein weizekörner übrig was mach ich denn den weizentörner kann ich die wofür ist da mal so ein komposterhaufen gut er macht hier ich glaub da kommt Knochenmehl raus ja stimmt da kann ich sie jetzt gar nicht weizekörner oder rein tun okay gut so mein schatz ja möchtest du ein ei haben nein für was denn okay ne verstehe ich auch ein ei haben wenn du zwei am kampf ne ja 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 gut äh zack da ist muss was essen gebratenes hähnchen äh aber das ist auch der rossische giesemann aber das ist auch der rossische giesemann immer so schön äh ne immer knuspeinte voller ist ja kein hähnchen ne das ist ja aber für mich ist das anders glaube ich alle drei vier hier und die vier da ist für mich hähnchen ja äh also ich will ja nichts sagen ne aber so richtig so ein bisschen anders sieht grad noch nicht aus ne also ja ich bin ja auch noch nicht durch wird wird auch noch bisschen zeit ok ja ja ich restauration ist missNever und also man mag immer so lange du brauchst ich geh jetzt Papierwurst werden nicht so und denkt man wenn man dies dann muss er nur laut schreien der reiner ist dann da war es doch immer wie schnell ich bin was du ja du warst ja wieder zweideutig verschwunden jetzt ne das war ja klar nein weinart haust du okay was denn ach so ich finde auch immer lustig ist dann darum so ein händchen wagen immer so in der hunde drehen was kaputt wo so eine wachsen helfen die die haxe schon 64 wir haben 64 19 sag ich denn der mein gut einsteck und 19 auch wieder so wasser denn hier noch eichenholz alles alles unten alles unten im lagerhaus der lager so der nach unten weißt du so kommen wir da kommen wir da rein so gut brauchst du noch eichenholz ja das ist unten oder muss halt rumgehen und was fahren gehen also habe ich dann richtig ausgestattet hast du wehgetan macht auch noch mal ich hab das nicht gesehen okay ich bin jetzt aber legen wo ich denn jetzt das scheine stadt oder den schweine stadt wo er gesagt soll ich dann fand ich das hier so in einer reihe machen einfach hier nebenan noch mal machen oder eher weniger vielleicht auch mal was mit grau so nicht hier mit beton da lebt es ist doch nicht schön die kommen wir eben doch hier oder so ich dachte die haben wollen vielleicht auch geschützt sein freunds mal so ein schon so ein verschissener krieger kommt was du macht doch macht doch eine schöne scheine ach die wir uns mal hin richtigen haus zu bauen du willst ja warum nicht wenn ich das könnte wärst du nicht hier also da ist das ist nicht böse gemeint mein also wenn du weißt der reiner meint er nie böse egal gewann aber über die so könnte ich nicht schon machen daraus was könntest du man ja du kannst eine frau ja also du darfst auf keinen fall ein tiefer buddeln weil da runter ist wasser wenn du mir scheine an guckst du da schweine stadt da sind auf dem meter kamin so schweine drin sind ja also wir haben hier schon ordentlich platz bei mir ja hier so also so ist das nicht noch kaum ist denn das schweine ein folgen kamen na ja 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 okay das ist gut dass du die wege dann schon wieder ich bin die erde jetzt nach unten und dann würde ich sagen drüber machen wir dann machen wir da machen wir jemand hat und machen dann nächste folge die machen wir weiter ich hoffe dass sie jeden das hat sie hat spaß gemacht hier ja 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 das war eine mitte heute zu mir heute weichen ganz lieben oder das ist aber nicht von dir haben wir noch gar keine juli in folgen damit mir bin aber man kann damit ich hier aber nicht vergessen also lief vergessen zwei tage geht weiter dass er nicht morgens überbogen und dann dämon vier mit mir und renate also wir gucken man aber schön ist wird das papier nicht nur noch ihr schweine spouten ja also damit schon aber das liegt ihr gett lächerchen na so okay okay dann soll ich mal auf wiedersehen bis zur nächsten folge all Wein. Ciao. Ciao.